Hallo, wir stehen jetzt hier an der Harburger Freilichtbühne hier im Stadtpark und hinter uns wird gerade geprobt, aber leider nicht für unser Sommer im Park, sondern für ein Schauspielstück, aber wir machen den Sommerpark in diesem Jahr doch. Und zwar an einem Tag als Medienübung am 22. August von 14 bis 20 Uhr hier auf der Bühne mit einer Live-Übertragung bei Hamburg 1, also 8 Stunden Live-Programm, trotzdem hier 6 Stunden vor Ort. Es gibt limitierte Tickets unter sommerimpark.de und da kann jeder dabei sein, der möchte. Wir haben hier visitiert, wie gesagt, 250 Plätze Corona-gerecht eingerichtet. Wir freuen uns auf den 22. August bei hoffentlich tollem Wetter hier im Stadtpark in Harburg. Amen.